So wer ist mit dabei heute? Der Fake Guy! Der Fake Guy! Wer ist noch dabei? Der FunBustX ist auch dabei, alles klar. Leute, dann würde ich sagen, wir wollen heute, wir haben die anderen Automaten gezockt, welchen haben wir vergessen bis jetzt? Den? Wobble Run! Den Wobble Run hatten wir noch gar nicht, genau. Also machen wir heute den Automaten Wobble Run, los geht's! Ja, wo ist denn der da? Da, 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 da! Hallo, Wobble! Den schwersten, den schwersten! Nein, nicht, den schwersten machen wir zum Schluss! Den schwersten muss ich immer ausrasten! Genau! Lass uns erstmal einen leichten Wobble Run machen! Den schwersten machen wir am Schluss! Ist es hier schon aktiviert? Wo bist du? Du bist beim Mods, wir müssen hier hin! Ja, ich habe doch nur gefragt, ob das schon aktiviert ist, die... Nein, äh, warum ist das? Oh, okay, alle drauf? Ja, alle drauf! Okay! Wir sind alle ready! Oh, warte! Ich nicht! So, los geht's! Let's go! Und da gibt's hier nach Punkte, ja? Ja! So, mal gucken, welche ist das? Wobble Run! Platz da, ich komme! Ich komme auch! Alter, nein! Oh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft! Und jetzt so? Ja? Nein! Oh nein, 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 nein! Ich bin schon recht! Basti, Basti, geh weg hier! Lieg immer runter, oder? Oh nein, Alter, das ist gar nicht so schwer eigentlich! So, jetzt nochmal! Wer ist schon weiter? Das ist schon recht! Lasse, wer bist du, der Dino, oder was? Das Krokodil! Das Krokodil! Okay, ich hab'n Checkpoint, ich hab'n Checkpoint! Okay, okay, okay! Ich hab' das hier noch nie gespielt! Okay! Ich hab' Robble Run schon einmal gespielt, aber noch nie diesen, diesen Map! Diese Map, okay! Ich hab'n Scotti! Yes! Haha! Festhalten kann man nicht, ne? Nein! Wo muss ich denn hin, wo ich hin? Ich kann das nicht! Ja, dann üb' das! So, los! Ich rutsch' hier, bewusstlos rutsch' ich hier! Oh, Alter! Nein, 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 nein! Ich bin zu weit geflogen! Was, Basti? Ja! Ja, hab's! Was, Basti ist im Ziel? Nein! Nein! Basti ist nah an! Weil ihr wisst, wenn man im Ziel ist, dann hat man nur noch ein paar Sekunden Zeit, ne? Nein! Wieso bin ich denn wieder ohnmächtig? Ah, nee, jetzt, 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 jetzt! Kai, wo bleibst du? Du bist ganz hinten noch! Warte! Das ist schwer! Ja, ich... Was ist das denn? Okay, ich hab's wieder nicht geschafft! Also, denk da... Ich bin im Ziel! Wenn der Erste im Ziel ist, haben wir nicht mehr viel Zeit! Ich bin im Ziel! Echt? Ja! Okay, wir haben nur noch 25 Sekunden! Okay, was ist... Kai ist direkt hinter mir! Was ist jetzt auch fast fertig, glaub ich? Okay, ich schaff das nicht mehr! Na, jetzt, ich guck euch beide zu! Okay, ich muss auf jeden Fall vor Kai da sein! Nein! Scheiße! Nein! Nein! Ich bin runter! Nein! Nein! Wir haben das nicht mehr geschafft! Okay! Es gibt eh nur drei Plätze! Was ist der Erste? Ja, ich wollte gerne der Dritte sein! Was ist der Erste? 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 Die nächste Map? Wobble run! Die nächste Map? Wobble run! Bisschen, bisschen... Ist das dieselbe? Doch, ist das dieselbe! Wollen wir noch eine andere an? Die ist noch dieselbe! Jetzt ist eine andere! Okay, dann nehmen wir die! Wobble drop! Wobble drop! Wobble drop! Ja, das ist Gott, ichs Lieblingsberater! Jetzt kommt es bestimmt jetzt zu diesem Scheißding kommt wahrscheinlich jetzt! Ach, ah, ich seh die schon! Ach, nein, 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 nein! Die ist nicht so einfach! Kai, das wird nichts mit dir! Die ist voll einfach! Das wird nichts mit dir, Kai! Das ist aber einfach! Oh, Alter! Ich kann nicht lachen! Ich kann nicht lachen! Mein Halt sieht immer noch weh! So, weg jetzt hier! Ab durch die Rutsche, Leute! Und jetzt, zack! Nein, 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 nein! Ich bin so dumm! So! Oh nein, nein! Nein! Ich fällt durch! Alles klar, Basti ist gerade... Kann ich durchfallen! Basti ist gerade vorne, ne? Du musst dich an der... Oh, du weißt, du kennst das, du tust das gar nicht kennst, du kennst das alles hier! Nein, ich kenn das wirklich nicht! Betrüger! Ich kenn das wirklich nicht! Ich hab das hier noch nie gemocht, diese Map! Ja, ja, komm! Eine Map gespielt! Scheiß! Im 1v1! Du spielst wahrscheinlich jeden Abend hier den Mist, ey! Nee, 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 nee! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab... Ich hab Checkpoint! Ich hab Checkpoint! Oh, ich rutsche... Ich rutsche hier auf die Knie runter! Hahaha! Nein, nein! Oh ja, 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 ja! Alter, bist der nächsten Checkpoint! Nein! Nein, nein! Doch! Warte mal! Nein! Steh auf! Ja, rutsch da durch! Okay, Basti ist... Ich bin einfach... Wie? Einfach... Wie soll sowas gehen? Zack! Äh, was war das denn? Der... Also mit den Hammern ist echt schwer, dass man da... Ich hab's! Echt? Du musst springen! Ja, ja, weiß ich! Aber treffen muss man auch so, ich bin drin, okay! So, jetzt bitte nicht drüber! Ich bin Vierter, ey! Das kann nicht sein! Mein Gott! So, los jetzt! Ah, okay! Ich bin Zweiter! Ah, ich komm, Leute! Ich komm, ich komm, ich komm! Basti, ich seh dich da! Bist dran, Alter! Wieso rutscht du denn so lange? Nein, 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 nein! Oh, der rutscht jetzt hier drei Stunden im Kreis! Ich bin wieder gestalt! Ich bin da! Was ist im Ziel? Ich bin im Ziel natürlich! Alter, der rutscht hier in diesem Ding hier drei Stunden rum, Alter! Ja, Basti ist Zweiter? Da komm ich hier wenigstens ins Ziel! Jetzt müsst ihr es schaffen! Ey, da ist Kai! Verpissel dich! Nein! Ja, ihr schafft es! Ihr schafft es! Das erste war! Yes! Ja! Nein! 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 Meine legt sich da hin, Alter! Zweiter! Dritter! Und... Vierter! Aber Kai, das war knapp. Ich war direkt hinter dir! Ja, war es. Das war sehr knapp. Ich wollte dich eigentlich wegschubsen. Ich hätte verlieren können, du hättest verlieren können. Ich wollte dich wegschubsen. Die schwerste Map. Die schwerste Map jetzt. Nein, nicht die schwerste. Welche kommt jetzt? Nicht die schwerste. Mach irgendeine. Die ist nicht so schwer. Die kenne ich gerade. Ja, der ist eine. Und ich werde erst. Ja, natürlich. Basti hat die schon 100 Mal gespielt, oder? Oh mein Gott. 1000 Mal. Ja, natürlich. Natürlich hat Basti das. So, ich ziehe euch jetzt ab. Ich bin ja da mit dir. Ich fass an Basti. Oh. Platz, verpiss euch. Wieso seid ihr denn schneller wie ich? Alter. Okay. Nein. Nein. Schleller. Alle runter. Außer. Okay, lass es schummeln. Hä? Nein. Oh, der hat es geschafft hier. Kai hat es geschafft. Oh, ja. Nein, der macht die Dinger hier locker. Dass ich nicht mehr rüber kann. Nein. Das ist doch schön. Nein. Ich bin drüben. Okay. Nein. Alter, ich bin gut. Ich bin gut. Nein. Okay, ich habe Checkpoint. Warte mal wieder. Ich bin gespongedrapped. Oh nein, jetzt muss ich warten. Oh nein, nein. So, jetzt. Nein, was macht der? Nein. Dieser blöde Wobbli, ey. Nein. Ich bin vorne. Nein. Oh, ich bin zu hastig. Ich bin ganz weit vorne. Seid ihr vor mir? Ja, lass es schon wieder ganz weit vorne. Das ist ja Ekelhaar. Der schummelt auch. Der schummelt. Oh, ich bin schon wieder runter, ey. Basti. Nein. Mal runter, Basti. Ich bin auch bei dir. Echt? Ja. Ihr müsst jetzt runterfallen. Und jetzt. Ziel. Nein. Okay, ich bin gut. Nein. Nein. Basti, hau ab. Nein. Basti ist weggeboxt. Sauber. So, komm, ich werde Zweiter. Komm. Nein. 15 Sekunden noch. Ich habe Checkpoint. Ich komme, ich komme, ich beime mich. Ich glaube, ich schaffe das noch. Oder zählt jetzt, wer den nächsten Checkpoint hat? Oder? Muss man im Ziel sein? Ich weiß nicht. Man muss im Ziel sein. Man muss im Ziel sein. Man muss im Ziel sein. Alter. Ich hoffe nicht mehr. Alter, ich hoffe nicht mehr. Alter, eine Minute und zwölf, Lasse. Der erste, der zweite. Alter, scheiße. Aber ich war gut. Ich war hinten dran, Alter. Ich habe dieser Hammer nicht verstanden, dieses Fäuste. Ja, du musst immer warten, bis sie, wenn sie gerade, wenn sie gerade runter sind. Ich habe es verstanden, aber ich habe es nicht geschafft. Ach so, aber es ist doch verstanden. Na okay, was wollen die jetzt schon in der Maps spielen? Da komm, wir machen noch eine andere, eine andere Run-Map. Die schwerste, die schwerste. Die schwerste, ja, die schaffen wir nie. Okay. Ist das die? Oh mein Gott. Ja. Ja. Selber was, wir hatten nur rückwärts. Nee, das ist so ein, das ist eine richtig scheiße Map. Ich hasse diese Map nicht. Naja, das ist die tollste. So, jetzt haltet, geht weg. Geht weg, geht weg. Aua, ich bin aufhörigstig. Ihr habt mich hier runtergedrückt. Oh, ich bin schlägt. Ich bin zweiter, ich bin hinten dran. Komm, lass dir die Zocken ab, Alter. Komm, Checkpoint habe ich. Nein. Bitte. Nein. Bruder, mach doch nicht so. Es ist so schwer. Mann, Scotty, du Mocker. Nein. Ja. Nein, Mann, die sind dumme Hammer. Ich hänge hier an dem Ding. Nein. Schießt er mich hoch mit? Ich hasse jetzt schon aus. Warte, ich lasse jetzt los. Nein, ach, scheiße. Nein. Wie, es ist so so unwichtig. Ich raste schon aus, Alter. Yes. Okay, okay. Oh, oh. Nein. Oh, nein, nein, nein. Nein. Man hat doch schon so ein blödes Timing hier alleine mit diesen Boxdingern, Alter. Jetzt. So, ich muss jetzt. So, haut ab jetzt. Jetzt, ich bin drauf. Okay. Ja. 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 Ihr klaut alle die Ehrenlosen. Okay, Alter. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Oder? Yes. Checkpoint. Alter, Leute. Ich bin gut. Nein, du bist gut. Sag gleich rüber. Lüfter. Yes. Alter, wer ist der Erste hier? Wer ist der Erste, Leute? Alter, jetzt hat er wieder ein großes Maul vorher. Er hat sonst gar nichts gewonnen. Außer jetzt. Und da hat er eine große Fresse. Jetzt habe ich wieder eine große Fresse. Ja, guck mal. Aber ich bin dicht hinter dir dran, mein Freund. Du bist dicht hinter dran? Das darf nicht sein. Doch. Ich bin auch gleich im Ziel. Nein. Achso, du bist gleich im Ziel. Wie im Ziel? Ich bin hier der Erste, Alter. Was? Wie ist der? Ja, ich bin... Stimmt? Ja. Okay, okay, okay. Nein, was macht der? Der boxt mich hier hoch. Wohin? Oh. Bitte, Bruder. Bruder. Bitte sei nicht. Dieser Scheiß-Ding. Nee, warte mal. Ich habe doch hier einen Trick gehabt. Warte, geht weg. Geht weg. So, hier. Das ist mein Trick, Lasse. Wer bist dich? Mann, Gotti! So, jetzt da hinten. Auf den nächsten. Jetzt wird die einfach ehren. Wo fliege ich denn hin? Gotti, einfach ehrenlos. Wie immer. Wie immer. Ja. Du kannst dich ehren. Ich will weiter. Ja, ich habe es doch auch. Du bist auch dabei. Nein. Aber ich habe den einen Checkpoint nicht. Ja, ich auch. Ich habe den. Ich muss mir jetzt den holen. Nein. Okay, habe ich. Digga, was? Ihr seid so mit vorne? Digga, Scotty cheated, Digga. Oh nein, nein, nein. Oh, ich fliege vorbei. Ich schaffe das nicht. Okay, Alter, lass den verpiss dich. Gehst du weg? Lass es direkt neben mir. Warum wird er denn unten? Ich hab's... Ja, ich auch. Das war so ein Bulli-Schuss. Ach, jetzt ist's hier der Mist. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Ich hab übersprungen. Ich hab übersprungen. Nein, er wird ohnmächtig. Blöde Wobbli. Gibt's hier keine Abkürzung oder irgendwas? Das ist gar nicht angekommen. Jetzt fange ich hier wieder an. Es ist nicht euer Ernst. Basti hat mich geschubst. Ich bin einfach... Basti muss gebannt werden. Ja, Basti muss gebannt werden, Leute. Nein! Wieso macht ihr denn Backflip? Ich bin ja auf den Kanonen. Wenn's einer schaffen kann, dann bin ich das. Oder ich. Nein, du nicht. Du bist viel zu schlecht dafür. Du warst nicht mal da hinten bei den Hammern. Nee, da war ich auch. Der letzte scheiß Hammer hat mich runtergehauen. So? Noch keiner hat gesagt. Nee, das ist auch viel zu schwer. Das ist auch die... Also ich hasse diese Map. Ich liebe die. Ja, dann mach doch mal das fertig da jetzt. Ja, ist so. Ja, bin ich da. Und wenn der Sauerstolett... Ja, sorry. Durch. Das hier leckt doch gar nichts. Der letzte... Ich mach durch! Ich mach durch! Ah, scheiße. Wer hat's geschafft? Wer hat's geschafft? Lass, der hat's geschafft. Scheiße. So, jetzt haben wir noch... Jetzt haben wir noch 20 Sekunden. Schaffen wir sowieso nicht. Ich werde dich jetzt alle mit dem Tod reißen hier. Ich hab's euch gesagt, Jungs. Wenn's einer schafft, dann bin ich das. Ich kenn alle Tricks bei der Map. Ja, ich bin raus. Acht, sieben. Ja, Gott. Kann man sich nicht an dieser Wand festhalten? Das gibt's doch noch. Hab ich auch schon versucht. Geht nicht. Es hat geklappt, oder? Neun Minuten, Alter. Ich schwör, dass ich das tatsächlich nicht geschafft habe. Zu anstrengst. Das ist eine scheiße Map, ne? Die will ich nicht noch anders spielen. Warte mal, die klicke ich auf. Keiner will die spielen. Ja. Ja. So, aber da haben wir noch mal was gefunden. Nämlich da. So, Leute, jetzt wollen wir ein paar... Also, es gibt jetzt hier schon irgendwelche Mods, aber ich glaub, die sind so lala. Lass, geh mal rein bei Mods. Wir gucken uns das mal an. Hallo. So, wir haben einmal den Wasserpark, Lego Live, Nuketown und Wobbly Space. Ich würd sagen, wir gehen mal... Wobbly Space. Nein, der ist blöd. Ich hab da schon mal reingeguckt. Lass mal in den Wasserpark. Das ist wirklich... Ich hab den schon runtergeladen. Ich hab sogar gefragt, ob ich das downloaden möchte. Genau. Jetzt machst du da ja. Ja, das sind nur so Maps. Ja, aber... Aber das ist tatsächlich die einzigste Map, die irgendwie Sinn macht. Genau, man kann hier was sporen. Guck mal, hier ist der Eingang und da hinten sind voll die Mega Rutschen und so weiter. Okay, hallo, hallo, ich will rein. Okay, ich will jetzt mal eine Wasserrutsche fahren. Ich geh hier oben auf die ganz große Umschraube. Da, oh, alter. Hier, die lila ne. Da, die da will ich mal fahren. Warte, ich fahr am besten mit nem Motorrad lang, dann kann ich überall hochfahren. So, Motorrad. Okay, glaubt eh nicht. Ich glaubt eh nicht. Also ich flieg direkt hier jetzt auf die hoch. Aber wir hätten mal alle jetzt in den Hubschrauber rein sollen, hier oben auf die lila ne. Die mal an, wie hoch das ist. Ich nehm jetzt erstmal eine. Lila, wo bist du? Ja, hier oben. Die höchste hier oben. Nein, ich lauf lieber. Warte, ich komm gleich zu dir, aber am Schluss ist... Ich bin an... Ich rutsch runter. So, so, was auf, so. Da sind wir. Oh, alter, wer hat mich jetzt runtergeschmissen? Basti. Basti, was? Ja. Da geh ich rein. So, ich rutsch jetzt runter. So, auf die Plätze, fertig, los geht's, alle runterrutschen. Oh, was, 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 was? Alter, huah. Was ist das? Warte kurz, ich muss nochmal kurz. Ich bin ohmächtig. Ich bin voll cool aus. Yes. Ich hab mich überholt. Basti auch überholt. Und ins Wasser. Yes. Woo. Das ist jetzt keine Wasserrutsche mehr. Das ist eine Trockenrutsche. Ja, kein Wasser gibt's mehr hier. Ah. Ich bin mehr außerhalb vom Wasser gelandet als im Wasser. Also ich hänge noch immer mit dem Fuß da drin, da ist ja auch wie so ein Actionheld. Was? Jetzt will ich nochmal die andere. Die andere will ich, die andere Seite will ich nochmal so. Aber dann versuch mal so zu laden, dass ich überlebe. Ich glaub, das geht durch. Warte, ich lass mich hier gleich runter. Warte, warte, warte. Hier ein Auto zu spawnen. Ah ne, bei mir ist es verbuggt. Bei mir, äh, seh ich nur das... Siehst du die Autos, die ich spawnen? Ja, die sehe ich. Warte mal kurz, ich aktiviere kurz was. Ich komm hier gar nicht raus. Aua, aua, aua. Und ich wollte auch nochmal diese... Es wird gleich lang. Ich hab Autoklicker an. Nein. Ich musste ja... Ich musste raus hier. Ich hing da in der Schaukel fest. Jetzt da rein. Warte, allein schon bei mir lag das. Alter. Bei mir steht's jetzt. Was hast du gemacht? Was hast du getraut? Ups. Da guck mal, hier ist auch noch so ein Tower, der hoch und runter fährt. Ups. Also mein Hubschrauber... Jetzt hör mal, drück mal nix mehr. Mein Hubschrauber steht in der Luft. Ich kann nix machen. Ich glaub, ich hab ein paar... zu viele Autos gespawnt. Oh, okay. So, dann Leute, pass auf, dann würde ich sagen, dann machen wir für heute hier Feierabend. Ja, lass dir gleich ein Abo da. Genau, und hier guckt mal bei Basti und bei Kai vorbei. Die haben hier heute mitgezockt und Kai hat das Spiel zum Abschürzen gemacht. Ja, Applaus, Applaus. Ja, Mann, gerne. Ja, so. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Wir gucken mal nach anderen Mods noch weiter. Das war jetzt hier der Wasserpark-Mod. Eigentlich ganz interessant. Ja. Gucken wir uns noch ein paar andere an. Ja, so Leute, haut rein. Ja, tschau, tschau. Haut rein, Leute. Tschau.